Hallo, mein Name ist Thorsten Alwart, ich bin Musiklehrer an der Julius-Leber-Schule. Ich habe ein Lernangebot zu digitalen Medien im Musikunterricht für euch. In dem Lernangebot seht ihr, wie Schülerinnen und Schüler zurückgucken in der Musikgeschichte und dann aber auch ganz musikpraktisch eine eigene Komposition zu ihrer Musikvision entwickeln am iPad. Ihr erkennt, welche Phasen dieses Projekt durchlaufen hat und hört auch Schülerinnen und Schüler, die sich zu diesem Projekt äußern. Ich stelle euch drei Tools vor, zum einen GarageBand, zum anderen Padlet und zum dritten das kleine Tool Mentimeter. Besucht dieses Lernangebot doch unter hu.de.